Ja, mein Name ist Daryk Lewin. Ich habe Technologie nachwachsender Rohstoffe studiert am Fachbereich Bioverfahrenstechnik. Zumindest hieß es damals so Fachbereich Bioverfahrenstechnik. Das war 1997, als ich angefangen habe, als einer von sieben ersten Studenten in diesem Studiengang. Und heute arbeite ich als Leiter von Qualitätsmanagement in einer Firma in Baden-Württemberg, Rettmann und Söhne, die kennt eigentlich fast keiner. So ein sogenannter Hidden Champion. Eines Morgens am Samstag habe ich die HRZ aufgeschlagen und es gab einen so großen Artikel, dass der Fachbereich Bioverfahrenstechnik einen neuen Studiengang nachwachsende Rohstoffe zum Wintersemester startet. Ich war noch mitten im Zivildienst drin und dachte mir, das ist es. Das ist doch das, was ich machen will. Ich hatte keine Ahnung vorher, was ich machen will. Ich habe das gelesen und irgendwie das war so, ja, genau das will ich machen. Dann bin ich zur Studienberatung hingefahren, habe mir das alles erzählen lassen und habe daraufhin meinen Zivildienst unterbrochen, ein Vorpraktikum hingeschmissen und im September angefangen zu studieren. Das Grundstudium war mit den Milchwirtschaftlern zusammen, Physik, Chemie, die ganzen Grundstudienfächer. Und zeitgleich haben wir Vorlesungen gehabt, die daraus bestanden, dass sich verschiedene Bewerber auf die Professorenstelle mit einer Probevorlesung quasi vorgestellt haben. Das heißt, ein Teil unseres Studiums war eine Probevorlesung. Irgendwann haben wir dann Professoren bekommen und Schwerpunkte in dem Sinne gab es noch nicht, weil die mussten mit uns zusammen eigentlich dieses Studium dann irgendwo vielleicht auch entwickeln, weil es gab die Studienfächer vorher nicht, die waren da genauso wie wir zum ersten Mal und so war das alles ein bisschen eine wilde Zeit. Nein, ich hatte gar keine Vorstellung davon. Also ich wollte immer Ingenieur werden. Ja, also von daher, das, was ich heute mache, hat immer auch was mit Ingenieurswissenschaften zu tun. Man muss ein technisches Verständnis haben für Prozesse. Man muss aber auch ein Verständnis für, ich sag mal, Geschäftsprozesse, also nicht nur Verfahrenstechnik, sondern auch Geschäftsprozesse letztendlich haben. Also viel, was man im Ingenieursstudium lernt. Die Firma, für die ich arbeite, ist auch im Bereich der Nachwachsenden Rohstoffe tätig. Also das passt eigentlich ganz wunderbar zu meinem Studium. Aber dass ich mal im Qualitätsmanagement lerne, davon hatte ich eigentlich nie eine Vorstellung vorher, weil es war mir gar nicht bekannt, als ich studiert habe. Ich habe angefangen in der Forschung und Entwicklung. Tatsächlich habe ich mich dort mit der Mikroverkapselung von probiotischen Bakterien beschäftigt. Ganz praktisch war, dass ich ja im Fachbereich Bioverfahrenstechnik studiert habe, wo es noch die milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie gab. Das heißt, ich konnte quasi vom anderen Studiengang die ein oder andere Information für dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt in der Firma letztendlich verwenden, interdisziplinär. Und dann hat es sich eigentlich ergeben, dass in der Firma der Bedarf war im Qualitätsmanagement, dass jemand ein bisschen hilft. Und aus ein bisschen helfen ist dann über die Jahre letztendlich die Leitung des ganzen Bereichs geworden. Über mehrere Stufen letztendlich, bis ich dann da gelandet bin, wo ich heute bin. Als Leiter vom Qualitätsmanagement bin ich verantwortlich für das Qualitätsmanagement-System bei uns hier im Standort, aber genauso in all den Werken weltweit. Das heißt, wir haben 40 Standorte circa, die auf allen Kontinenten verteilt sind. Und wir sind einmal dafür zuständig, die Arbeitsanweisungen, Prozesse aktuell zu halten, aber auch die Verbesserungen im Unternehmen voranzubringen. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist so der Kern vom Qualitätsmanagement. Und das ist eigentlich eine unserer großen Aufbaugaben, in der Firma immer ein Verbesserungspotenzial zu finden und weiterzuentwickeln. Also wir haben ein internationales Team. In jedem Werk, in dem wir pharmazeutische Produkte, Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetika herstellen, haben wir lokale Quality Units. Die sind in den USA, in China, in Indien, in Frankreich, Deutschland, Finnland, also in ganz vielen verschiedenen Ländern auf der Welt. Und die berichten fachlich hier zu uns und wir führen die fachlich und helfen im Prinzip immer dann, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten oder wir sind vor Ort, auditieren die Kollegen, sind vor Ort, wenn irgendwelche neuen Projekte anstehen und sind auch dafür verantwortlich, zum Beispiel regulatorische Änderungen in unsere Werke reinzukommunizieren. Also wenn sich in der Gesetzgebung was ändert, wenn sich im pharmazeutischen Recht was ändert, wenn neue Kundenanforderungen dazukommen, die irgendwo einen globalen Impact haben letztendlich. Also ich kann nicht empfehlen, in Indien eine thailändische Suppe zu essen, denn ich sage mal so, wenn der Inder sich vorstellt, dass thailändisches Essen scharf sein muss, dann ist es für einen Europäer nicht mehr ausreichend. Man glaubt gar nicht, was vielleicht alles später mal wichtig oder nicht wichtig sein kann. Also es ist schon so, dass manche Dinge, wo man denkt, die brauche ich nie wieder in meinem Leben, dann doch auftauchen. Und von anderen Dingen, wo man gedacht hat, die sind ganz wichtig, braucht man nie wieder. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Dann sage ich auch vielen Dank für das Interview und ich wünsche mir, dass wir uns vielleicht alle persönlich dieses Jahr oder die nächsten Jahre wieder sehen können und dass alle hoffentlich gesund bleiben und bis bald.